Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Long Dark. Endlich wieder. Nach einer langen Zeit. Ja, ich komme einfach noch nicht so richtig klar. Ich habe einen neuen Job, mein Kind sowieso und ich bekomme das alles noch nicht so richtig unter einen Hut mit dem Aufnehmen. Ist immer ein bisschen schade, aber jedenfalls, ich freue mich total, dass trotzdem viele von euch mir so treu sind und weiterhin meine Videos gucken, mir Likes geben und Kommentare. Ich sehe das und weiß das alles sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank und ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten von euch. Das ist nicht selbstverständlich, einfach weil ich so unregelmäßig Content hochlade und manchmal so lange gar nichts. Also danke, danke, danke. Und jetzt geht es erstmal weiter. Ich habe ja 100 Jahre lang nicht gespielt. Deswegen weiß ich natürlich nicht, was ich zu tun habe. Die Zünder erreiche den Mineneingang. Ich will das aber mal ein bisschen genauer wissen wieder. Okay. Ach so, okay. Wir wollen irgendwas in die Luft sprengen. Ja? Ist es das? Und was soll dieses Ausrufezeichen wieder? Das macht mich wahnsinnig. Ah ja, wir haben hier einen Spinschlüssel bekommen. Und, äh, wie kommen wir da hin? Machen wir später, ne? Machen wir später. Die müssen wir auch noch suchen, die Kameraden hier. Ist es nur eine? Ich dachte, es sind zwei. Ah, da könnte noch einer sein. Okay. Gut. Und da oben sollen wir hin. Ach du Schande. Wie denn? Wehe zum Teufel. Hier drüber. Da ist auch nur was. Schwarzfeld Gerüchte. Muss ich dann hier lang? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich meine, hier geht ja gar nicht. Alter. Ich hoffe, ich laufe dann richtig, wenn ich hier drüber gehe. Weißt du was? Wir suchen jetzt erstmal den. Es sei denn, der ist, ähm, an der Klippe. Unten. Irgendwo. Dann sieht es nicht gut aus. Aber ich musste ja mein Zeug zusammensuchen, ne? Hatte ich eigentlich hier noch was gelassen? Vom letzten Mal? Nein, da nicht. Gut. Ich weiß noch, äh, wo mein, nein, wo mein Stash ist. Den ich vor der letzten Folge weggepackt habe. Das war doch hier irgendwo. Hier muss was drin sein. Glaube ich. Nein. Nein, natürlich nicht. Ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst. Mitschreibt. Hier. Auf jeden Fall in diesen Schrank. Warum ist hier so dunkel? Warum werden wir eigentlich immer im Dunklen rausgeschickt? Was soll das? Glauben die, dass wir das dann am besten erledigen können? In so einer Schweinskälte. Um diese Zeit. Ich meine, die wollen ja auch, dass wir das erledigen, was sie machen. Äh, was die uns aufgeben. Durchsucht. Hier ist noch was drin. Oh, das wäre fatal gewesen, wenn ich das nicht ausgepackt hätte. Das Gewehr sieht aber auch nicht mehr gut aus, ne? Hier noch. Leer. Und dann muss aber in dem Auto noch was sein, oder? Da. Gut. Och, Leute. Bitte hier. Alles rüber. So, und dann gucken wir gleich mal, wie ich aussehe. Habe ich meine Sachen angelassen? Ich habe keine Jacke. Die haben mir nicht die Jacke geklaut, ne? Muss ich dazu was sagen? Muss ich echt dazu was sagen? Die haben mir die Jacke geklaut? Die haben mich ohne Jacke wieder rausgeschickt? Mach mal draußen was im Schneesturm. Jacke brauchst du ja nicht. Dankeschön. Warum habe ich die nicht an? Sportsocken. Was habe ich mit Sportsocken? Und hier habe ich nicht neue Arbeitsstiefel. Okay, die sind in Ordnung, aber... Wir kennen sie, Sam. Habe ich den Pullover echt immer noch, ja? Nee. So. Genug. Jetzt gehen wir... Wo gehen wir raus? Hier rechts. Geht das? Das geht nicht. Weil hier geht's nicht da lang, oder? Hier geht's einfach nicht lang. Ich bin wahnsinnig. Da konnten wir nicht weiter. Jetzt wieder klarkommen. Nach, äh... Zwei, drei, vier Wochen? Einen Monat? Kann man hier raus? Äh... Hier ging's auch nicht lang, ne? Ich meine, ich weiß, dass es hier rausgeht. Aber ich wollte noch einen anderen Weg. Kaffee. Hm. Jetzt muss ich mich wieder... Oh, doch. Das ist okay. Das ist okay. Einfach nach rechts. Jetzt muss ich mich halt wieder zurechtfinden, hier. Was immer gar nicht so einfach ist. Was ist da? Das müssen wir jetzt mal untersuchen. Ist hier ein Wolf? packt man gleich mal das hier aus. Doch. Doch, doch. Nur noch zwei... Wieso habe ich nur noch zwei Patronen? Habe ich das nicht geladen? Okay. Ne, das sind Menschen wirklich. Das sind beides Menschen. Officers? Ist hier nicht... So, warum kann ich den... Warum kann ich den nicht anklicken? Hast du nix dazu zu sagen? Hä? Wo ist der andere? Ein Stein. Und das ist eine Frau. Sag mal, ich... Hä? Du findest das hier ganz normal, ja? Absolut normal. Mackenzie. What the fuck? Das ist alles, was du dazu sagst? Ja, unter Kühlungsrisiko. Aber... Warum kann man keinen untersuchen? Okay. Oh, krass. Könnten hier noch mehrere sein? Hm, ich laufe eigentlich in die richtige Richtung. Aber in der Richtung könnte halt auch noch was sein. Na, egal. Laufen wir erstmal hierher. Das ist das, wo ich herkomme. Ja, okay. Gut. Hier waren doch sonst immer Wölfe. Links. Gut. Hier lang. Hier lang geht's. Ich bin eigentlich auf dem richtigen Weg, aber hier kann man natürlich wieder nicht so gut sehen. Ah, da ist der Pfeil. Immer noch nach links. Ja, oben oder unten ist jetzt wieder die Frage. Wo soll ich da wieder so eine Leuchtpatrone abschießen? Warte, erstmal gucken, Leute. Erstmal gucken. Da vielleicht. Da ist was. Da ist eine Person. Aber die soll weiter links sein. Reiche der Minen... Achso. Nee, nein. Da. Du, du, du. Durchsuche ihre zuletzt bekannten Einsatzorte. Ja. Äh, ja. Aber, da weiß ich jetzt natürlich nicht, soll ich das wieder so machen. Ich mach's einfach mal. Nein. Nein. Ich hab da nichts mehr. Shit. So eine Scheiße. Wo finde ich denn sowas jetzt? Ja, äh, Satz mit X, das war dann wohl nix. Ich guck hier trotzdem nochmal nach, ob ich denjenigen so finde. Erstmal das hier. Hab ich ein Messer. Ich hab hier eigentlich nichts mehr, ne? Qualitätswerkzeug. Ich brauch es einfach so selten. Da waren die. Das sind die aber nicht. Nein. Ja, gut. Ich find das schon noch. Hier lang. Und dann könnte es ja vielleicht mal was zum Klettern geben. Links. Nochmal gucken, gibt's hier vielleicht eine Höhle? Ne, hier komm ich nur da wieder hin. Das ist aber falsch. Tun mir leid, dass ich hier tausendmal auf die Karte gucken muss. Und das kann's ja dann auch nicht sein, weil das ist wieder zu weit. Rechts. Hä? Ist wirklich schwierig. Aber wahrscheinlich muss ich das halt wirklich eigentlich mit der Leuchtpistole machen. Wofür ich jetzt keine Munition habe. Nichtsdestotrotz gehen wir hier mal gucken. Wer hier sonst noch so rumliegt. Nein, können wir gar nicht. Ist der Fluss jetzt zugefroren oder was? Achso, nein. Das ist der Fluss, der fließt und der zugefrorene Fluss. Hat das nicht. Aber wie komme ich hier runter? Gar nicht. Na dann, mir ist kalt, ich erfriere hier. Scheiße. Warte mal, was war hier? Nichts. Ach, hier ist eine Brücke, okay, da muss ich rüber. Wirklich die Frage, wie ich da unten hinkommen soll. Vielleicht geht's ja an der Brücke. Na dann, erstmal auf zur Brücke. Geradeaus links. Und ich sollte mir ein Feuer machen. Ah ne, hier kommt das voll rein. Also wer es nicht sieht, da ist ein Wolf. Oh, ich, äh, ne, im Auto ist es auch nicht besonders warm. Und hier ist ein Wolf in der Nähe, also... Nein. Hier sollte ich keine Rast einlegen. Höhle wäre nice. Obwohl, hier oben vielleicht? So? Nein. Hier. So, wir gehen auch nun mal sicher. Oh, ist ja nicht viel, was ich dabei habe. So. Was habe ich an Nahrung? Eigentlich nur trinken, trinken, trinken. Geil. Nichts zu essen. Ich müsste eigentlich das Reh da hinten auseinander nehmen. Oder den Hirsch. Aber in der Kälte ist es schwierig. Scheiße. Aber gut, trinken ist die Hauptsache. Das triggert mich so. Dass, äh, dieses Ausrufezeichen einfach nicht weggeht. Ja. Mhm. Okay, die Brücke ist hinter mir. Gut zu wissen. Hier ist es zu windig für das Feuer. Alter, ich habe jetzt zwei Zedernholz verbraten. Also das Feuer, was eigentlich zwei Stunden brennen sollte, das brennt nur noch drei Minuten. Ist es zum Kotzen. Also in die Richtung ist falsch. Ich muss nach links. Es gibt aber keinen links. Was ist jetzt los? Ja, was soll ich machen? Äh, rechts. Nichts. Ja, geht nicht, ne? Geht nicht. Warte. Hier. Vielleicht noch ein bisschen Holz sammeln in der Kälte. Klingt doch nach einem Plan. Wo zum Teufel bin ich? Eigentlich ziemlich richtig. Wie kann man so schnell falsch laufen? Kommt jetzt hier eine Brücke. Kommt jetzt hier eine Brücke. Oh ja. Ja, Brücke. Gib's mir. Ähm, ja. Wie Sie sehen, kommen Sie hier nicht runter. Da gibt es keinen Weg zu diesem Freund hier. Weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich weiß... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und hier war ich doch bestimmt auch schon mal, ne? Zu Vorsicht mal gucken. Lea. Ja, ich war auf jeden Fall schon hier. Scheune. Wohnwagen. Hütte. Oh mein Gott. Freunde, es wird ein langer Weg. Ein langer, langer Weg.